hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von args survivor ewolf mit dem sax bachs und mit mir dem yuki draußen regnet es und hier drin ist schön kuschelig warm ja so so dass der baumeister hier unsere baumeisterin baumeister du bist du hast du ja machst du mir bitte eine neue hose und kappe ich hab die ja verloren muss also kleidung meinst du was ja wenn ich mich wieder anziehen kann wenn ich wieder aussehen wie eine richtig hübsche frau ich brauche das warte mal hast du was hast du leder habe ich reingetan ja gut so herstellen ich kann 18 stück herstellen das ist gut was achten stück betäubungsmittel ich muss unbedingt ab wann kann man noch mal bogen herstellen ich kann schon hatte ich glaube kannst du schon ab 15 glaube ich echt da muss ich das gleich machen da muss ich jagen und ich muss irgendwas tamen vielleicht was kleines weil weil gibt es die bogen und feile und dann betäubung feile gibt es auch gell ja ich weiß ich will betäubungsfeile herstellen betäubung feile gibt es ab 20 erst ja das war es doch so ab 20 erst ok dann muss ich noch ein bisschen leveln aber normal feile kannst du glaube ich auch 15 schon aber ich könnte ja eigentlich ein dilo niederschlagen oder schau mal ich kann ja mit mir rumschleppen dann ich probiere mein dilo zu tarmen ok so ein level 8 da oder sowas kommst du zu mir ich habe was für dich warte ich mache hier noch gerade betäubungsmittel ich hoffe die polizei kommt nicht wegen btm level ab ne ich glaube ich muss ich habe noch 20 verdorbenes fleisch dann sammle ich glaube ich noch ein paar beeren um dann noch mehr betäubungsmittel zu machen so was habe ich hier gesundheit und ausdauer sauerstoff 260 die ausdauer erhöhe ich mal also naja 20 scheiße dreht dich um gleich wird er das weg moment moment ich bin da ich bin da oh oh ein oberteil aus leder schick du hast dein versprochen versprechen gehalten nicht ganz nicht ganz weil die hände und so weiter kann ja ab level 20 machen und schuhe auch nur unterteil und obenteil konnte ich herstellen sei mir nicht böse aber ich trage erstmal stopp die Hose wieso das ah weil ich hübsch aussehen will guck für dich nur für dich mhm mehr sexy mhm so guck hier geiler lederarsch mhm mhm reicht genug geguckt so ähm ist es immer noch dunkel draußen warte mal ich weiß nicht oh nein es wird langsam heller heller ja erst mal was auf jeden fall werde ich jetzt noch ein paar bären sammeln also was ich brauche dass ich decke acht natürlich was muss denn heute mhm brauchen wir noch satcher und so einen scheiß ne ne warte so für gebäude ach ich nehme es mal mit komm nimm alles mit und mach ihn ich mache es in der kiste genau äh schrank nicht kiste schrank wenn sie so phasensteine und so weiter warum bin ich denn jetzt so schwer baust du vielleicht was echt ne sicher schnucki ne bei meinem gewicht ist alles voll ach man wie viel hast du äh wie viel gewicht hast du wie viel kannst du tragen sagen äh 100 ah dann kannst du ein bisschen höher ab 150 dann musst du nicht so oft weil ich trage jetzt momentan kann ich tragen äh 230 aha hast du ordentlich ja du kannst viel mehr tragen ja deswegen will ich ja einen Reittier tarmen damit ich jetzt irgendwas schleppen kann wir brauchen auf jeden fall viel leder äh und wir brauchen viel äh essen gell ja ich muss wieder verdirbt ja so schnell das ist das dumme hierbei ja wir müssen so schnell wie möglich äh kühlschrank herstellen ja aber da verdirbst du irgendwie trotzdem immer drin habe ich das Gefühl ja aber im kühlschrank verdirbt das nicht so schnell wie weiß eigentlich äh Fleischverderb glaube ich in einem Fleisch warte ich mich nicht lüge ich glaube in in drei tagen erst guck mal wenn ich was zu essen finde mache ich das hier in den allerersten Schrank rein das diese hinten sind leer kannst du hier rein weil die sie nicht so speziell die nehme ich mit schau mal die das sind dann das kommt hier rein das kommt da rein das brauche ich das will ich nicht hm wie sieht meine Futteranzeige aus ok ne ich geh jetzt eh wieder Bären sammeln dann lass ich die mal alle hier sonst bin ich zu schwer brauche ich im Moment auch nicht brauche ich nicht ich habe noch zu essen so dann kannst du die Fackel aus machen gell? das stimmt mittlerweile so so ich schaue das ist schon ich bin ins helle ich glaube nicht ja ich bin level 20 schon juhu ähm ich suche was jetzt wo ist diese ok das ist Holzfall das ist das Fenster oh ja hier läuft gerade gar nichts rum an Viechern ne mhm jetzt haben die gemerkt dass wir hier sind so jetzt die brauche ich die brauche ich noch der Licht irgendwie ist heute komisch gell? jetzt gerade ah der steigt gerade auf ja so sind ein paar Wolken davor guck mal ja 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 sehe ich auch deswegen sage ich schule äh schlecht Wetterwolken also ja aber geht ich friere nicht wacht ich bin mal gespannt gespannt wie das hier ist mit dem Thamen ob das lange braucht weil auf den anderen Servern hat das immer ewig gebraucht um irgendwie einen Level Achter zu tarnen äh einen kompletten Tag oder anderthalb Tage und hat Unmengen von Fleisch gefressen hm den da hätte ich gern aber ich habe kein Fleisch um den zu füttern hm welches Level bist denn du welches Level bist du? hm nee will ich jetzt nicht so ich brauche jetzt was zu essen ich will ein Level Achter oder sowas ich will ein Level Achter oder sowas Schatzi hast du was zu essen oder ich verhungern langsam gell? äh im Schrank im ersten Schrank wenn du reinkommst rechts da sind Bären drin habe ich reingemacht ah ok echt jetzt greift dich an oder? ja mich ok nur nicht verrecken gell? du brauchst dir Hilfe ja irgendwie ja ich habe keinen Speer mehr wieso Speere mehr? ich muss mir neue Speere machen wo ist denn der? na da und tot ok äh Spitzhacke Spitzhacke jetzt wie viel hast du bekommen? 9 na immer besser ich glaube normalerweise bekommst du 5 glaube ich oder 6 ach doch nicht da hin Feuerzeug äh Feuer da ist Feuer das ist echt neblig heute ne das ist richtig Nebel ja 9 ach hier sind auch noch 19 drin oh mein Gott so ne Verschwendung ey das ist echt mies ich habe kein Holz ehhh für was brauchst du Holz? ach so mach rein ich mache gleich Holz rein gell? ich zünde das gleich ein ok ich hab schon ich hab schon ich hab schon ich hab schon holz mhm ok echt ist hier sind auch noch 19 Stück oh mein Gott warte mal herstellen und da haben wir 50 oder kann ich ja ganz 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 viele machen ja machen wir noch mal ein paar bevor die verderben medikamente alle herstellen das müsste doch erst mal reichen 33 stück ja haben sie mehr was will ich noch mal machen da ist noch schatzi ja das ist um will sie ja was tolles zeigen ich will dir zeigen meine liebe zu ja zeig sie mir tada tada fenster ja für den ausblick sehr schön hast du toll gemacht schade ist es nicht größer ja der wille zählt ja später später so also theoretisch unser häuschen ist fertig oder ja fürs erste wenn die kinder kommen dann müssen wir vielleicht ausbauen so so späre machen drei das brauche ich holz holz für meine späre ich habe keine späre mehr schatz kannst du nicht lesen kannst du nicht lesen wieso ich habe hier schrank mit holz der erste schrank steht holz oder und da macht es mir hier bären steht da holz ja du hast aber hingeschrieben beschreiben und benennen schrank wie wenn hier stehst du steht e steht halt halte mehr da steht doch bären guck doch haha ok du bist echt dann lasse ich einfach die bären ja alles klar dann nehme ich den anderen für holz du bist das passt doch erst meist verstehen ja 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 das heißt die frau hat immer recht die frau hat nie recht die erste regel heißt die frau hat immer recht Lügen nur dann gibt es die zweite regel wenn jetzt die frau nicht recht hat dann tritt die dritte regel in kraft also die erste regel wieder die frau hat immer recht kein kommentar so sieht es aus hast du nacko bären noch ja ich habe alle verballert warum was wofür brauchst du die ich meine diese mörser kannst du da machen ja ich habe die alle mörser gemacht also okay das ist steine habe ich dann so faser habe ich was an ja nur so viel gesundheit ausdauer gesundheit nahrung die drei schleppen was mache ich denn jetzt was ist das für ein ich will tauchen 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 sauerstoff 260 habe ich ich mache mal gesundheit jetzt das lasse ich hier das lasse ich auch hier das will ja nöt zwei steine so ich mit zwei steinen ich werde jetzt alles sortieren ja so tier macht das weil du bist unfähig dass zu sortieren schatzi ich überlasse dir das ganz gerne darf sie gerne so rum sortieren eine beere habe ich ja noch hier ist noch das geht da rein das kann ich oder rein machen ich fahr dann tue ich nach draußen so so ich brauche keine schuhe ich bin barfuß mensch was mache ich was habe ich gemacht ich habe scheiße gemacht ich wollte bären sammeln obwohl ich gar keine lust hat aber ich will das fleisch nicht vergammeln lassen deswegen gehe ich jetzt weiterhin bären sammeln solange das fleisch noch da ist ich will narkotika machen was ist das dein ernst und ich sammle ich sammeln was meckerste wieder was schimpfst du mit mir hast du den letzten schrank... hast du klein... nee 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 du räumst doch eh auf ich hab' gleich danach was zu tun ja Du machst mich richtig krank weißt du das? ja ich hoffe ich raub' dir den letzten nerv und den verstand ja magst du das langsam ja ganz gerne ja möchte ich auch ich bin ja schon wieder voll es gibt es noch nicht ja das habe ich dir ja gesagt muss erweitern nein ich will nicht wieso ich will schwimmen ich will tauchen ich bin eine taucherin ich brauche meine freiheit im wasser ich will schwimmen hast du auch seinen scheiß warum sind hier keine fische ich wollte jetzt ein fisch fangen wie mies da hinten ist eine ohne das ein hai da ist ein fisch die sind so weit drin man ich brauche ein floß wir müssen ein floß bauen unbedingt mit ich hier rausfahren kann und dann hier fische fangen und so was kommt das mache ich auch hier rein also fisch warte mal nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben da oben taucht auf auftauchen bitte dankeschön da irgendwie taucht die nicht richtig auf jetzt vielleicht jetzt ist er so gut irgendwie hängt die immer halb unter wasser so ist dein schatz muss was überlegen sich ich habe einen fisch gefangen wo ist der andere hin abgehauen ok hier ausdauer ist gleich aufgebraucht aber geht schon besser die ausdauer erhöht habe ist schon besser meinst du soll ich da noch stärke erhöhen gibt es überhaupt gewicht nahkampf schaden ja irgendwann müsste ich ein bisschen nahkampf schaden glaube ich auch machen weil wir nicht verkehrt holztüren also wenn du fisch suchst draußen im lagerfeuer habe ich gerade vier fisch rein gemacht cool hab ich gefangen nur für dich du sollst ja gesund gehen ja du bist süß so ein süßer typie da sind da wieder alles hingelegt also speise speise ah jetzt weißt du was soll ich noch weiter machen so viele faser brauchen wir gar nicht die können wir alle wegschmeißen oder diese faser doch ,hakst du in ein anderes schrank hier ist faser extra dieser fasernschrank ja ok da steht hier ist Stroh zu dem stroh oder was nein nemmdran sollte fasern hier upp de Okay, ja, da packe ich die Fasern rein, alles klar. Aber hast du gewusst, dass in dem ersten Schrank Beeren sind? Ja. Okay, wollte ich nur wissen. Weil ich nur da so umgestellt habe. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe immer noch zu viel Zeugs bei mir. Ich bin ja... Hä? Was ist denn bei mir so schwer? Ich verstehe es nicht. Oh, da unten, die ganzen Beeren, die ich da mit mir rumschleppe. Okay. Wenn du Hunger hast, hier sind noch ein paar Beeren. So, aber jetzt... So. Reicht diese Höhe? Hey, achso. Ich habe noch eins. Sicher. So. So. Und ich mache wieder Narkotika. Es wird irgendwie nicht weniger. Ey, alles herstellen. 40 Stück. Ich habe noch 40 Fleisch. Ah, es ist schon durch. Okay. Komm, das mache ich jetzt aber hier. Ich sammle das. Narkotika. Und dann geht's auf... Fleisch. Sicher töten. Tharmen. Am besten unter Wasser. Jetzt will ich mal so wissen, ab wann kann man denn ein Floß bauen? Wo ist denn das überhaupt? Oh, ich brauche ich Holz. Na super. Floß. Dafür braucht man auch viel Leder. Floß, Floß. Wird das schon angezeigt? Ich will ein Floß. Da ist ein Floß. Floß. Nee. Was? Ich kann ein Floß bauen. Jawohl. Oh nein. Ich will ein Floß bauen. Was brauche ich? 250 Holz, 125 Fasern. Haben wir Tierhaut? Ja. Das ist Leder. Ja, Leder, genau. Wusst, ich bin ganz aufgeregt. Wo ist es? Wo ist Leder? Hier, oder? Hier reingetan. 29, okay. Haben wir noch irgendwo Leder? Schatzi? Hm? Will ich dir was vorstellen? Das ist meine neue Freundin. Interessiert mich nicht. Zieh aus. Wasser. Oh, cool. Ey, du bist echt gut. Abreißen. Nein, nicht abreißen. Ups. Das war keine Absicht. Warum stand da abreißen? Ja. Das ist dringend. Da musst du nur einmal drogen, nicht abreißen. Ja, abreißen soll ich. Ey, nee. Ich bin manchmal chaotisch verfällt in... Das sollte deine Liebe zu mir sein. Boah. Können wir noch einen Ausgang machen? Oder einen Eingang? Mach mal eine Tür hier hin. Wir brauchen zwei Ein- und Ausgänge. Dann brauche ich nicht mehr ums Haus laufen. Außerdem wollte ich sowieso eine Terrasse haben. Wo ist die? Bau mal bitte hier eine Terrasse hin. Jetzt willst du Terrasse. Ja, ich will eine Terrasse hier. So ist das nun mal. Ich will jetzt keine Terrasse. Also. Du bist noch schlimmer als meine Schwester. Ja. Da sagst du was. Ich hoffe es. Die ist ja voll der Junge dann. Hoffe ich, wie geht das? Das Mädchen. Tarte also. Kleine, große. Mittel. So. Mittel. Nicht zu groß. Da muss ich zu viel putzen. Machst du nicht zu klein. Da kann man nicht drauf sitzen dann. Da kann man keine Stühle drauf stellen. Schatz, ich mache extra noch was für dich. Ja. Dass du nichts kaputt machst. Komm mal her. Das sag ich dir. Okay. Zeig mal her, was du da machst. Wuuu. Fuck. Mhm. Soll ich jetzt davon begeistert sein, oder was? Ja. Das ist sowas von unnötig. Mach das wieder weg. Ich wollte eine Terrasse. Und die ist zu klein übrigens. Wenn ich wiederkomme, ist das alles so, wie ich das will. Und so zwei breit, oder was? Ja. Ja, super. Äh. Wir passen hier kaum drauf. Guck, hier. Wir stehen zum Weg. Ja, das ist in dieser Richtung breiter wäre das natürlich. Muss ich immer für dich mitdenken? Das ist echt schlimm, ey. Wenn du mich nicht hättest, ne? Du würdest immer noch in der Höhle wohnen. Nee, wenn wir dich nicht haben, dann wird er viel glücklicher. Ich sag jetzt nichts dazu. Mir fällt doch gerade nichts an. Ich will dich nicht zu sehr verletzen. So. Jetzt brauche ich was anderes. Jetzt brauche ich Holz. Holz. Fass dir mal den Kopf. Weil jemand will eine Terrasse haben. Ja. Ich will eine Terrasse haben. Ganz genau. So sieht's aus. Aber willst du nicht mit deinem Terrasse auf den Kopf bekommen? Bitte? Willst du nicht mit deinem Terrasse auf den Kopf bekommen? Möchtest du heute in dem Haus schlafen oder draußen? Dann mach weiter so. Lieber draußen. Okay, dann schläfst du heute draußen. Ich wollte zwar ganz nett heute zu dir sein, aber das hast du jetzt ja, hast du dir verscherzt. Definitiv. Tut mir leid. Das war nur absichtlich. Du lügst, ohne rot zu werden. Ich muss wieder zurück. Ich kann echt einen Scheiß sammeln. Fasern. Äh. 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 Fasern. Fasern. Wo war Fasern? Nein. Falsch. Da sind Fasern. Wo ist Holz? Warte. Warte. Stroh. Holz. Hier ist Holz. Stroh. Da sind Bären. So. Jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. Achso, nee, ich hab's wieder. Okay, ich hab's. Ich hab's. Nein, das ist falsch. Komm, mach ich so. Du Bären. Oh, oh, wir müssen die Aufnahme beenden. Nein! Ja, wir sind ja schon wieder am Ende und wir machen Bären und der liebe Sebi, der baut mir jetzt meine Terrasse. Ich hoffe, so wie ich's haben möchte und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, er hat die Terrasse dann fertiggestellt. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi.